Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play VarioWank. Ähm, ja, jetzt im letzten Part haben wir ganz gekonnt bei Jimmy abgekackt. Äh, haben wir abgekackt. Meine Grammatik ist so toll. Wirklich, ja, 9 Volt haben wir im letzten Part auch gemacht. Und jetzt geht's, äh, nochmal zu Jimmy und das kennen wir schon. Und deshalb geht's jetzt los mit Balancieren und, äh, und so, ne? Quasi. Das war... Ich schieße ja den Bauch. Ich schieße ja das nächste Mal, wenn sie vorbeifliegt, in den Bauch und... Wieso nimmst du nicht immer nur noch den Kleinfinger? Man sollte mit dem kleinen Finger machen, habe ich mal gehört. Also, war mal irgendwie so ein merkwürdiger Bericht im Fernsehen, dass man wirklich, wenn man popelt, mit dem Kleinfinger popelt sollte. Also, ja, wie... Denk mal. Hui! Come on, come on, oh yeah. Das war episch. Come on, oh yeah. Ach, schon wieder. Ein größeres Feuer wurde gelöscht. Dank meinen Feuerlösch-Skills und so und da geht's an. Oh yeah. Oh, cool. Ich hab ihn gefangen. Cool. Spiel 10. Ja. Hi yeah. You won. Ich hab den Typ getötet. Der, na gut, es war ein Dummy, aber. Nein, mein Kinder, komm mit. Du bleibst hier auch scheiße. Ja, ja, komm. Na, bam. In den... Das war ein Headshot. Wie gesagt, akzeptierst du das jetzt? Scheiß drauf. Und in die nahe... Ja, ja, so kann man auch probieren. Irgendwie. Also, irgendwie wird das schon gehen und... Ja. Irgendwie. Sicherlich. Hallo! Ernsthaft. Ach, Gott. Ja, es war gerade auf Sicht. Ach, hallo. Du kannst mir nicht verarschen. Mh, cool. Es war abgewehrt, oder? Ja, gut. Du siehst ja nicht fangen. War es da, wo ich in Rage gegangen bin oder beim anderen Jimmy? Ich glaube da. Ah. Ja, no, no. Was mache ich denn noch, bitteschön? Cool. Das... Das war gut. Aber ich muss 20 SMS durchhalten und... Ach, ich hab's geschafft. Wie schön. Gut, 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 alles gut. Einfädeln ist scheiße. Konnt ihr noch nie. Also, nicht nur das Minigame. Ich weiß nicht. Einfädeln ist immer so... Na gut, ich... Ich kann's schaffen. Ja! Perfekt. Na gut, nicht perfekt, aber wenigstens geschafft. Ja. Geschafft. Nennen wir's geschafft. Hey, 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 oh yeah. Nein! Ich hält! Was... Was soll das? Äh. Hey, DJ, come on. Hey, DJ, come on. Ja, hallo. Das ist meins. Auch weil es angebissen ist, ist es meins. Wahrscheinlich habe ich es angebissen. Nur ich erinnere mich nicht mehr daran. Und, no, da war's. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Theoretisch hat er noch den letzten Millimeter berührt, aber praktisch irgendwie nicht. Ich bin doch eigentlich scheiß drauf. Na, mit dem Kopf gefangen, also. Noch nie war's vom Kopf, weil... Ach, scheiß drauf. Ich weiß nicht, was mein verdammtes Problem ist. Hu. Geschafft. Ja, nee, und so, ne? Das wird schon, das wird schon. Das wird schon. Heute ist übrigens der 16. Siebte, siebte, sechzehnte, sechzehnte, siebte, zweiter und zwölf, momentan 14, 38. Von der Stunde habe ich glaube, angefangen, das Projekt aufzunehmen. Ich habe hier ein bisschen Pizze gegessen. Prime? Nee, prima. Ich, ja. Die, 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 die... Dankeschön. Link, das ist super. Das war... Scheiße. Zählt das noch? Ja, das zählt doch gut. Ja, siehste, mich kann man nicht austritzen. Oder doch eigentlich schon. Some people seem sick and smart. Maybe. Maybe. Hupf. Cool. Geschafft. Ich bin... So toll. Auf was ist das eigentlich in der Anspielung gewesen? Nein! Und da ging der Faden vorbei. Aber irgendwann hatte ich schon mal geschafft, das Geld. Kommt, meine Kinder! Nein! Auf einen Blick. Nein, nein, nein! Fick dich, Mother Brain. Das... Das Sprite war gerade fehlerhaft. Wusste ich nun mal so... Ach, schon, Post. Jetzt kommt Punch-Rot für Arbeitslose 2, oder? Ja, genau. Richtig. Oh! Cool. Nein, ich bin noch... Nein, ich bin noch... Nein, ey, ich bin noch... So. So, und... Perfekt! Cool. Ähm, ab jetzt ist das Spiel für mich blind. Ja, ja... Ich war damals schlecht, bin immer noch heute schlecht. Aber scheiß drauf. Ja, ein Scharf! Ja, ein Scharf! Cool. Scharf sind... Oh yeah, toller Beat! Was, Scharf? Ein scharfer Beat! Haha! Oh Gott! Hey, gut gemacht! Triff nur auf die nächsten drei Kumpel! Ich bin echt ein Kumpel! Bitte dir bloß nicht sein! Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Und hier diesen... Wie heißt der nochmal? Ja. Ja. Ja, als nächstes haben wir Dr. Kry... Kry... Krygor nenne ich ihn mal. Den ich cool finde. Orbulon finde ich persönlich auch cool. Und... Cat... Cat... Und... Steht da? Cat! Achso, der hat ja eigentlich eine Schwester und dann... Vielleicht ist das dann hier rüber noch ihre Schwester. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Bin mir nicht sicher. Ne, ab jetzt kenne ich das noch nicht mehr. Und ähm... Jetzt schauen wir mal. Dann belassen wir den Part doch einfach mal bei diesen 8 Minuten... Und schauen uns jetzt mal die nächsten 3 an. Auch wenn ich eigentlich gegen jeden Port immer 2 schaffen könnte. Aber ich finde das eigentlich so ein guter Cut, äh... Für... Weil ab jetzt ist das Spiel blind für mich. Und äh... Jo... Ach komm, ne, ich mach den noch! Trolololololololol... Ja, ich weiß. Krygor's Labor! Abgespackter... ...Dance! Lass mich raten, er muss auf Klo! Tatsache! 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 Ja, irgendwie. Ach, auf mit den... Ach, wenn es die Augen zu hat. Ach so, okay. Es ist den Apfel. Ja, okay. Irgendwie bin ich ja... Ach, ich kann das Auto lenken, nicht die Räder. Ja, ich lerne es auch nie. Also, ja, komm. Ja, komm, geh nochmal auf den Klo. Ähm, ja. Schneid die Wurst. Oder was? Das Schnitzel da. Was sind wir doch noch? Keine Ahnung. Esst die Banane! Also, auf dem Klo wirklich solche Dinge zu tun, ist schon irgendwie ekelhaft. Very nice. Eine Gurkumate. Ih, das sah ganz schön... Ich sag nichts. Ich sag nichts. Nein! Komm! Ach, stimmt. Ich muss... Nein, 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 nein. Ich wollte eins. Ah, Schatz. Esst den Apfel, esst den Apfel, esst den Apfel. Oh, Gott. Die Musik verwirrt mich irgendwie. Triff zwei. Cool. Dankeschön. Ja, ich hab's geschafft, auch wenn's wieder runterrutscht. Aber scheiß drauf. Nein, ich... Ich denk immer, ich muss das Rad... Noch ein paar... Fass. Noch ein paar Spiele dann. Ich glaub, das ist jetzt schon das letzte... Jetzt kommt das... Genau. Gott! Ich muss die Erde verteidigen. Und wie? Wie muss ich... Nein! Und die Erde ist zerstört. Okay! Genau so seh ich das auch. Genau so seh ich das auch. Kartoffel! Ja, knapp, aber es war, ne? Es ist war. Schneid ist gut gemacht. Ja! Ich... Button Smashing. Ja, das ist einfach so in diesem Spiel, endlich. Die, die. Esst ihn ab. Ja, nee! Komm! Oh! Und da ist grad ein Fussel hochgekommen. Du schläfst! Du schläfst! Aber ich fand die Katze voll blutig. Nein! Der da! Und... Nein! Ich denk immer dieses Scheißreifen. Diese Scheißreifen. So, sprüh das Ding vor. Cool! Und der Boss kommt. Und ich muss mal wieder die Erde retten. Die Welt. Wieso eigentlich? Na, wieso frag ich nach dem Sinn in diesem Spiel? Was ist das? Und was ist das bitte? Und wann ist das jetzt vorbei? Nach dem Kieselstein hier? Die der Erde eigentlich... Äh... Na gut. Du hast die Welt! Oh! 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 Ich muss mich grad ein bisschen konzentrieren. Um die Welt zu retten. Du hast die Welt gerettet! Wo? Ja. Gott! Dieses Spiel. Genau. Richtig so. Genau. Genau. so wird es gewesen sein. Okay. Wirklich sehr gut. Mein Unkno-Tipp war goldrichtig. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play, ähm... Ja, Wario Inc. Wo ich dann Urbulon, hieß er so? Ja, Urbulon und Cat machen werde. Und dann stehen anscheinend nur noch zwei bevor. Und dann ist dieses Projekt endlich abgeschlossen. Yeah! Voll cool und so, ne? Ja, okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Äh... Ja, ciao! Tschau. Untertitelung. BR 2018